Hallo, bitte grüße. Wir begrüßen heute einmal die Eltern und die Frauen. Wir begrüßen natürlich unsere ganzen Kinder nochmals zum Betreuer der Ferienfreizeit. Und natürlich begrüßen wir uns noch mit dem Partei. Und natürlich begrüßen wir uns noch mit dem Partei. Und natürlich begrüßen wir uns noch mit dem Partei. Und natürlich begrüßen wir uns noch mit dem Partei. Ich halte es hier erst mal. Ich halte es hier. Ich halte es hier. Wir machen den Rücken. Wir machen den Rücken. Wie geht's mir hier? Ich muss den Rücken. Ich muss den Rücken. Ich muss den Rücken. Geht's mir hier. Ich kann mich hier. Ich kann mich hier. Ich kann das nicht. So, kommen wir dann wieder dran. Vielen Dank.